Viele Fragen stellen sich da heute also. Fragen, die wir gerne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein gestellt hätten. Wir haben Minister Mückstein heute, wie an jedem anderen Tag in dieser Woche, in die ZIB2 eingeladen. Er hat uns heute, wie an jedem anderen Tag in dieser Woche, abgesagt. Gekommen ist eine seiner Vorgängerinnen, SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Dr. Rendi-Wagner, Bundeskanzler Schallenberg will am Sonntag einen Lockdown für Ungeimpfte bundesweit, also für ganz Österreich, beschließen. Bund und Länder werden verhandeln. Das Ganze soll dann am Abend noch in den Hauptausschuss des Nationalrats gehen. Werden Sie, wird die SPÖ für einen solchen Lockdown für Ungeimpfte stimmen? Na, erstens können wir das erst entscheiden, wenn die entsprechende Verordnung von Mückstein auf dem Tisch liegt. Das ist wie immer noch nicht der Fall. Wir wissen noch gar nicht, was wirklich zur Entscheidung ansteht am Sonntagabend um 18 Uhr im Parlament. Aber lassen Sie mich schon sagen, zu Beginn, wir sind jetzt im Monat 20 nach Pandemiebeginn in Österreich und sind am Höhepunkt einer vierten Welle. Und die zentrale Frage oder eigentlich die einzige Frage, die sich stellt, mir und wahrscheinlich Millionen von Menschen in Österreich, wie konnte es so weit kommen, dass es 12.000 Neuinfektionen gibt, dass es 40 Tote pro Tag gibt, 500 Menschen auf der Intensivstation. Wie konnte es dazu kommen, dass wir trauriges Pionier, also die Nummer eins sind, was diese schweren Erkrankungen von Corona in Westeuropa betrifft und Schlusslicht bei den Impfungen. Und das ist schon eine Frage, die sich ganz, ganz viele stellen und das hat Name und Adresse. Und das ist die Bundesregierung vom Bundeskanzler abwärts, die dafür verantwortlich ist. Und allein die letzten Tage, und Sie haben es im Bericht geschildert, sind mehr als chaotisch verlaufen. Da sind so viele unterschiedliche Botschaften vom Gesundheitsminister, vom Kanzler ausgeschickt worden, die widersprüchlich waren, die Verunsicherung nimmt zu, die Wut nimmt zu in der Bevölkerung und das zu Recht. Und das Chaos in der Bundesregierung nimmt zu. Offenbar dämmert Ihnen, dass jetzt sichtbar wurde, was in den letzten 20 Monaten viel zu wenig gemacht wurde, um diese schreckliche Situation zu verhindern. Es wiederholt sich der letzte Herbst des letzten Jahres und das, obwohl wir jetzt eine Impfung zur Verfügung haben. Ich verstehe schon, dass Sie diese Situation jetzt, auch wenn Minister Mückstein nicht da ist, zu einem Angriff auf die Regierung und die Politik der Regierung nützen wollen. Das ist eine faktische Bilanz. Die dringliche Frage nur ist, was passiert jetzt? Also das ist wohl die allerwichtigste Frage. Und daher nochmal die Frage, die ich schon eingangs gestellt habe. Sind Sie dafür, dass es einen solchen Lockdown für Ungeimpfte in ganz Österreich gibt? Dass jetzt die Situation eingegrenzt werden muss, dass der Schaden eingegrenzt werden muss, das steht außer Frage, dass gehandelt werden muss. Und da ist die Bundesregierung in der Verantwortung auch was zu tun. Da fangen wir zum Glück nicht beim Punkt Null an nachzudenken. Da gibt es seit Monaten zahlreiche Vorschläge, Ideen und auch Forderungen von Expertinnen und Experten und auch von mir, was zu tun ist. Die sollten jetzt schleunigst umgesetzt werden. Und was die Forderung und den Vorschlag der Bundesregierung betrifft, nach einem Lockdown für Ungeimpfte, so sind da sehr viele Fragen offen. Was dürfen die Ungeimpften dann tun, was dürfen sie nicht tun? Wie kann man das kontrollieren? Die haben ja kein Schild um den Hals, wo drauf steht, ich bin nicht geimpft. Also wie will das zu kontrollieren sein? Und auch am Ende, wie ist die Wirksamkeit? Und diese offenen Fragen kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Die könnte vielleicht die Regierung beantworten, aber offenbar auch nicht, weil sonst würden Sie vielleicht zu Ihnen ins Studio kommen. Also Sie sagen, Sie sehen keine Sinnhaftigkeit in Wirklichkeit von einem Lockdown für Ungeimpfte oder sind zu viele Fragen offen. Der Punkt ist nur, irgendetwas muss wohl passieren. Das hört man, wenn man zum Beispiel Virologen anspricht. Virologe Norbert Nowutny hat dort in der ORF-Sendung Studio 2 gesagt, wir befinden uns in einem Tsunami. Und dieser Tsunami wird in zwei Wochen auf den Intensivstationen sichtbar werden. Jetzt weiß ich, Sie forcieren das Impfprogramm. Sie sagen immer, alle Menschen sollen sich impfen gehen. Denn, soweit ich die Virologen richtig verstanden habe, und auch den Professor Gartlener eben, muss jetzt etwas getan werden. Was? Es gibt schon eine Reihe von Maßnahmen, die man jetzt spätestens setzen muss und eigentlich schon hätte setzen müssen. Die kostbarste Zeit ist schon verstrichen. Die war im Sommer, die war vor zwei, drei Monaten. Da hätte man vorbeugen müssen, indem man sich auf diesen Herbst, der ja nicht ganz überraschend kommt, vorbereiten hätte sollen. Aber ich bin dafür, und da haben Sie völlig recht, dass man im Impfprogramm gezielt noch die Ungeimpften, die Skeptischen, die Verunsicherten mit gezielten Kampagnen anspricht, ihnen mit konkreten Impfterminen auch Einladungen schickt und sofort nach vier Monaten alle boostet, eine Auffrischungsimpfung anbietet, den dritten Stich anbietet, um die Impfdurchbrüche jetzt signifikant zu verringern und damit auch die Virusausbreitung zu verringern. Ich bin dafür, dass man die Maskenregeln verschärft. Das macht Wien, das ist auch richtig und gut so. Ich bin auch dafür, dass man bei den Quarantäneregeln nachschärft. Das ist auch zu tun, um hier die Virusausbreitung von Infizierten möglichst gering zu halten. Auch das ist wichtig. Und PCR-Testangebote in ganz Österreich schleunigst ausbaut. Das wäre im Sommer die Zeit gewesen, das zu tun. Das ist nicht gemacht worden. Man ist unvorbereitet in diesen Herbst gegangen. Das sind politische Ideen von Ihnen, wo man sagt, die sind wahrscheinlich von der Bevölkerung, wenn sie angenommen oder nicht. Sie sind nicht wahnsinnig umstritten. Wahnsinnig umstritten ist wohl die Frage, die auch von Virologen angeregt wird, nämlich ein kurzer, harter Lockdown für alle. Sind Sie dafür? Momentan liegt das ja nicht am Tisch. Momentan liegt eine Forderung auf dem Tisch, wo die Wirksamkeit von vielen Expertinnen und Experten, wie von Gart Lehner soeben, ja sehr angezweifelt wird. Und ich frage mich, ob eine Maßnahme, von der man die wissenschaftliche Evidenz nicht hat, dass sie wirksam ist, wo man keine Erfahrung hat, dass sie wirkt, zum jetzigen Zeitpunkt wirklich anwenden sollte. Und ich schließe nicht aus, dass die Bundesregierung, wenn sie am Ende ist mit ihrem Latein, und wenn sich die Zahlen, wie Gart Lehner ja prophezeit, in Oberösterreich nicht reduzieren lassen durch diese Maßnahme, eventuell auch einen kompletten Lockdown, einen harten Lockdown regional, zumindest für die Risikoregion Oberösterreich verhängt. Aber das hat die Bundesregierung zu entscheiden. Ich wünsche mir das nicht. Aber wofür sind Sie? Was halten Sie für sinnvoll? Ich halte es für sinnvoll, das zu tun, was wirksam ist. Bezüglich des Lockdowns jetzt. Wo es eine Evidenz gibt. Wissen Sie, diese Frage mir jetzt zu stellen, ist zu einem Zeitpunkt, zu dem ein Auto mit 200 kmh Richtung einer Wand fährt. Diese Frage ist den Menschen zu stellen, die dafür verantwortlich sind, die am Steuer dieses Autos sitzen. Und man muss ihnen die Frage stellen, warum sie seit Monaten mit geschlossenen Augen und Ohren einfach nur Gas geben und gegen diese Wand fahren, obwohl alle warnen, dass diese Wand vor uns steht und dass hier was passieren muss. Und wenn nichts passiert, dass es zu Engpässen im November kommt. Auch ich habe im September schon davor gewarnt, wie viele Expertinnen und Experten. Nun kann ich dem amtierenden Gesundheitsminister die Frage, wie ich eingangs erwähnt habe, nicht stellen, weil er nicht da ist. Aber ich kann Ihnen als ehemalige Gesundheitsministerin die Frage stellen, ob Sie als solche einen solchen Lockdown für sinnvoll hielten. Frau Lorenz-Tittelbacher, wir wissen eines, dass es die effektivste und die wirksamste Maßnahme ist, ein totaler Lockdown, um eine Kontaktbeschränkung schnell zu erzielen. Diese Erfahrung haben wir, diese Evidenz liegt vor. Aber wir wissen auch nach 20 Monaten, dass so ein Lockdown mit erheblichen Folgeschäden, Kollateralschäden, psychisch, gesundheitlich und finanziell wirtschaftlich vergesellschaftet ist. Und daher ist es eine ganz gefährliche Abwägung und eine ganz präzise Abwägung, die hier getroffen werden muss, ob so ein Lockdown wirklich jetzt als Mittel angewendet werden sollte. Und diese Abwägung haben jene zu treffen, die die Verantwortung erstens für diese Entwicklung, für den Irrsinn, in den Österreich jetzt gekommen ist, tragen und auch die die Verantwortung laut Verfassung in diesem Land haben zum Schutz der Gesundheit in Österreich. Und das ist die Bundesregierung. Eine Entscheidung hat der Gesundheitsminister heute schon bekannt gegeben. Das ist eine Impfpflicht im Gesundheitsbereich. Das haben viele gefordert. Etliche haben aber auch davor gewarnt, dass das sowieso personell sehr, sehr angespannte Gesundheitswesen dann vor einem Kollaps stehen könnte. Weil viele im Gesundheitsbereich, die sich eben nicht impfen lassen, davon die letzten Monate nicht abzubringen war und es möglicherweise schwierig ist, das in Zukunft zu tun. Wie soll man denn in so einer angespannten Situation mit diesem Risiko umgehen? Erstens wurde auch hier verabsäumt, in den letzten Monaten gezielte Kampagnen zu machen, um die Pflege, um die Ärztinnen und Ärzte, die nicht geimpft sind, anzusprechen, in den Spitälern sich impfen zu lassen. Es gab keine spezifische Kampagne. Das wurde den Trägern hier überlassen, das zu tun. Die Bundesregierung hat sich zurückgelehnt, hat siebenmal die Pandemie übrigens für gemeistert und beendet erklärt, während das Virus aufgerüstet hat für die nächste Welle. Und ich sage schon, klar ist, dass es nicht passieren darf, dass sich Patientinnen und Patienten im Spital mit Corona anstecken. Das muss vermieden werden. Und daher bin ich für eine Impfpflicht bei Neuanstellung von Gesundheitspersonal und auch im Pflegebereich, das ist ganz klar. Aber ich bin für Maßnahmen, die auch umsetzbar sind. Wenn eine Maßnahme wie eine sofortige Impfpflicht dazu führt, dass ad hoc 15% des Pflegepersonals, weil sie nicht geimpft sind, ausfallen in der Versorgung, was heißt denn das? Das heißt, dass wir am Höhepunkt einer Gesundheitskrise, am Höhepunkt einer Pandemie, wo wir sowieso schon Engpässe haben, das Gesundheitspersonal am Ende ist, am Ende nach 20 Monaten, dass noch mal 15% des Personals wegfallen würden. Das kann sich kein Gesundheitssystem leisten. Aber eines darf nicht passieren, dass in den besonders vulnerablen Bereichen wie Onkologie, wie Geburtenstationen, wie Kinderabteilungen, dass dort ungeimpftes Personal arbeitet. Das darf nicht passieren. Die müssen versetzt werden. Das ist versetzt, wollte ich gerade sagen. Die müssen versetzt werden. Da gibt es das Versetzungsrecht. Diese rechtliche Möglichkeit besteht. Und das muss von den Besitzern, von den Trägern der Krankenanstalten auch ausgeschöpft werden. Und eine Impfpflicht in anderen Bereichen, die Situation hat sich halt noch einmal verändert, etwa im Bildungsbereich. Was halten Sie davon? Nicht nur für Neuanstellungen, sondern für alle? Da stellt sich die gleiche Frage. Auch hier gibt es natürlich derzeit Personalengpässe. Und natürlich ist dort eine hohe Impfrate anzustreben. Keine Frage. Und deswegen bei Neuanstellung jedenfalls. Eine Ad-Hoc-Forderung nach einer Impfpflicht wäre theoretisch wünschenswert, aber praktisch derzeit nicht umsetzbar. Kurze Frage noch zum Schluss. Die Stadt Wien startet morgen die Anmeldung für Impfungen für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren. Für diese Impfung gibt es noch keine Zulassung der EMA. Der Bürgermeister und der Gesundheitsstadtrat von Wien haben entschieden, dass sie es trotzdem machen, weil die Nachfrage in Wien so stark ist danach. Sollten andere Länder, sollte der Bund danach ziehen? Also ich halte immer viel von bundesweit einheitlichen Regeln. Ich halte nichts von Fleckerlteppichen. Aber wenn der Bund nicht handelt, wie er seit 20 Monaten immer wieder verabsäumt, weil er die Verantwortung abschiebt, dann liegt es oft an der Initiative der Bundesländer. Und Wien geht hier sehr initiativ und sehr positiv voran. Und soweit ich verstanden habe, ist das ein Angebot, eine Möglichkeit zu impfen für Kinder ab dem fünften Lebensjahr, wenn sie eine gewisse Indikation, das heißt ein Risiko haben, verstärkt an Corona zu erkranken. Diese Möglichkeit wird hier in diesen Kinderimpfstraßen geboten, damit keine Hürden entstehen und vor allem keine finanziellen Belastungen entstehen. Aber finden Sie es gut, sollten Burgenland und Kärnten, wo ja auch SPÖ-Landeshauptleute, Landeshauptmänner muss man sagen, regieren? Wissen Sie, was ich mir wünschen würde, dass der Gesundheitsminister, der für Impfempfehlungen in unserem Land bei Gesetz zuständig ist, dass der sich dazu äußert und sagt, ja, ich möchte, dass in ganz Österreich diese Möglichkeiten für die Kinder ab fünf bestimmen. Würden Sie sagen? Das würde ich, wenn das mit den Expertinnen und Experten so abgeklärt ist, bundesweit empfehlen. Frau Dr. Rendi-Wagner, danke fürs Kommen. Danke Ihnen. Danke Ihnen.